Zahlen merken ganz einfach, wie sie problemlos Zahlen, Daten und Fakten im Kopf behalten. Eine Tausendschlaubs-Reduktion. Die Evolution des menschlichen Gehirns verläuft langsamer als der technische Fortschritt. Und der Kopf kommt nicht hinterher. Eigentlich doch. Aber die meisten Menschen versuchen durch Zähes auswendig lernen, Zahlen und Ziffern in den Kopf zu quetschen. Aber für das Gehirn ist zum Beispiel die Ziffer 5 erst einmal etwas, mit dem es gar nichts anfangen kann. Mit der Vorstellung von fünf Fingern aber schon. Genau. Und da liegt eine ganz große Stärke des Gehirns, wenn es sich statt abstrakten Ziffern ein gutes Bild vorstellen kann. Denn das Einprägen von Bildern ist eine der am besten ausgeprägten Fähigkeiten des Kopfes. Lässt sich der Merkunterschied beziffern? Tatsächlich haben amerikanische Forscher bereits in den 50er und 60er Jahren herausgefunden, dass das Gehirn im Durchschnitt 7 plus minus 2 Ziffern für ein paar Minuten im Kopf behalten kann. Mehr geht schon biologisch gesehen nicht rein in den Kopf. Wir wünschen Ihnen ganz viel Vergnügen und herzlich willkommen im Andersdenken. Ihr Tausendschlau-Team Das war Zahlen merken ganz einfach. Eine Tausendschlau-Produktion Idee und Text Ulrich Bien Redaktion Olga Bien Musik und Ton Jurek Zimmermann Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.tausendschlau.com Mehr Informationen rund um das Thema Gedächtnistraining und Merktechniken finden Sie im Internet unter denkreich.com Und schauen Sie sich auch unsere weiteren Lernhörbücher bei Audible an. Bei Fragen oder für Anregungen und Ideen können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben unter info-at-tausendschlau.com Danke fürs Zuhören! Danke fürs Zuhören! 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 Zuhören!